Wir sind entlassen, jetzt ist's soweit. Liebe Leute, liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie ein entsprungener Sträfling pummelen. Kein bisschen Brot, kein Tropfen Bier und unsere Magenwendetromen an jeder Bäckerladentür. Wir sind entlassen, jetzt ist's soweit. Liebe Leute, liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Man hört das nun, die großen Herren der Handels- und Fabrikkonzern dort gleiche Wort im Munde führen. Sie machen gern und schnell Bankrott, das ist nun wirklich sehr zu rühren, könnt ich's doch auch, du lieber Gott. Wir sind entlassen, jetzt ist's soweit. Liebe Leute, liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Jedoch, auch dass die Rechnung stimmt, ist nötig, dass man ein Blick nimmt, wo sie ihr Kontobuch verschließen, damit ihr mal die Herren seht, die wir in Freude leben ließen, wenn's uns schon an den Tragen geht. Wir sind entlassen, jetzt ist's soweit. Liebe Leute, liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen.